Notenwerte üben. In diesem Video wollen wir die Notenwerte üben, diesmal aber mehrere Takte hintereinander. Fangen wir mal an mit zwei Takten. Du sollst sprechen und patschen. Ich mache vor und du machst nach. Super. Jetzt bist du mal allein dran. Ich zähle vier vor und dann kann es losgehen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Bei der nächsten Übung sollst du jetzt mal vier Takte sprechen. Also ich zähle wieder vier vor und dann bist du dran. Eins, zwei, drei, vier. Okay. So zum Schluss noch eine Übung für die Profis. Hier gibt es ganz viele Pausen. Dadurch wird es ein bisschen schwieriger. Wir wollen versuchen, die Noten zur gleichen Zeit zu sprechen oder zu patschen, wie du möchtest. Ich zähle wieder vier vor. Eins, zwei, drei, vier. Okay, super. Im nächsten Video geht es um die Tonhöhen.